Herzlich Willkommen zu Let's Adventure. Hier bei Brian's Mansion. Geh mal weg, Markus. Hier mit David, Markus und Taubsen. Ja! Wir importen Server-Settings blablabla. Can you see me? If not, please. Ja, blablabla. Und jetzt... Ja, die grüne Schaufel. Ich mag ihn. Normal. Es schaut so cool aus. Da, jetzt geht's doch. Endlich. Nach fünf Versuchen oder so. Boss Fight. Dummy Tutorial Test. Press button and ready. Nein, kein Tutorial. Nein... Das ist ein Gefühl, mein Schiff Tauern war. Tönt mich, mein Schiff Tauern war auf. Und dass ich die P-P aus. Und die haben noch 2 mal 4 gewertet. Die P-P an mich an. Nein, muss aus sein. So, okay jetzt. Wenn du mit dem A-P-P-T-Test, wenn du ein Boss tötest, wird es eine Musikschallplatte fallen lassen. Und er will das du brauchst, um diese Jukebox zu deaktivieren und die Bossfähigkeiten werden diese Tür öffnen. Wer hat die das? So, ja. Okay, schön. Okay, jeder nimmt sich nochmal so ein Buch. Gibt's nicht mehr? Hab ich nicht nötig. Egal, egal. Egal. Wir brauchen die, glaube ich, gar nicht. Ich will das nicht. Wir brauchen die. Die Musik ist so geil. Did you really read all press again? Okay, das mich bei den gleichen Schwert nehmen. Steaks time unter vier auf. Jeder nimmt sich ein Steak. Die will ich auch bei mir nicht. Was hat so ein Steak? Ein Steak nimmt sich jeder. Ich sehe euch, ihr wisst euch bei mir nicht. Ah, ah, hier bin ich ein Verloren, wo sind die? Egal, so. Markus, David, Tobi, wir gehen jetzt ab. Ja, was denn? Ich, ich bewegt euch bei mir nicht, ich kann nix machen. Hat denn sie da eigentlich ein Steak? Ich hab ein Steak. Ich auch. Lol, da sind noch drei drin. Sieh, man, jetzt bist du bei mir einen Schritt vorgegangen. Hab ich denn die Kiste? Nein, die Kiste nur bei mir ist voll abgekackt. Äh, hier sind jetzt Bücher drin, nur mal so in der Kiste. Ja, die hab ich da reingelegt. Oh. Äh, jetzt kann ich da rein. Ich hab ein Schwert und... Ja, schön, toll, jetzt hab ich nix mehr. Ja, egal, du hast doch ein Steak, oder? Ach, nein, das ist ein Steak, ich lebt. Das Steak, ich lebt. Das Steak, ich lebt. Okay, jetzt kommt. Nicht sprinten, würde ich sagen, sondern einfach zu gehen. Niemand kennt sich hier aus in der Map und Alter. Ich hab ein Steak und Leck, das Schall. Ich hab ein Steak und Leck, das Schall. Die linken, die rechten. Irgendein. Also, bei mir leckts. Also, bei mir leckts. Also, bei mir leckts. Also, bei mir leckts. Also, bei mir leckts nicht. Also, bei mir leckts nicht. Hörte mich überhaupt noch. Ja, wir hören dich. Komm, 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 geh einfach mal den Weg entlang mit uns. Okay, ihr bewegt das bei mir schon besser. Also, aussehen tut's geil. Weck das sein. Heller Strangers, Zombies, Sarah's Surrounding. Ich hab's nicht mehr vorgelesen. We're trapped. Ne, ne. David, du schlägst über mir, zehn Meter Entfernung. Alter, wie viele? Alter. Thank you heroes. Take the sword in my storage chest. Alter. Ich brauch ein Schwert. Ich brauch ein Schwert, ich brauch ein Schwert. 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 Okay, gut, ich hab ein. Ich brauch ein Schwert. Ich brauch ein Schwert. Die bitte noch volles? 5 damage, wie geil. Die bitte noch volles? Die bitte noch volles? Hier, Rottenflash, eintauschen gegenzeug. Danke sehr. Wen hat noch einen halben angefangenes Holzschwert, Markus? David, du hast doch Rottenflash hier. Ich krieg noch mehr. Markus, wo bist du? Ich hab grad jetzt drinnen. Guck mal eben. Your personal storage, da kann man Sachen reinlegen, was uns wichtig sein können. Markus, wo bist du? Ich bin grad bei den Villagern, müsste ich sein. Hälfte ich bin gar nicht ich bin erstens der wird sieht mich irgendwer bei den Villagern nebenan ist mehr nun wir können noch kurz bitte ich als erster Europäer mann nicht Junge die kann man gehen aber gegen Steaks ein Tauschen ja eben all jetzt richtig Tobi ich habe die Gegner auch vielleicht für zwei ich hab nur noch ich hab noch 2 ja ich hab nur ein roten flash ich hab den geworfen ok komm hier mal 3 gehen wir mal weiter oder hier kriegst du noch 2 David hast du kein Schwert mehr? doch ich muss noch warten bis der Effekt vorbei ist der ist gleich vorbei ja meins auch aber ich hab noch ein Steinschwert ne jetzt hab ich schon Bock gehauen dann nimm hier nochmal das Schwert hier und füge es zusammen ähm könnte ich auch noch ein Schwert haben weil ich hab gar keins haben leider keins mehr ne alter ich hab mir trocken ja bestimmt ein bewegt ihr euch nicht oder was ist los ja ja wir töten hier grad ich seh euch nicht ihr bewegt euch bei mir nicht ums genau dann bewegst du dich nicht lol ich bin nicht auf dem Baum disconnected ja leck mich doch selber Alter wie geil oh Gott ein Bogenschütze naaa ich hab kein Schwert mehr ich falle in die Tiefe aber geil ich hab einen Pfeil im Kopf hey bleiben die wieder stecken die Pfeile ja schau mich an ja Alter wie geil boah Protection 1 Unbreaking X3 Armor kann mir nicht jemand was geben weil ich hab nix außer und spürt hier ist ja eigentlich was kommt hier die Zeit den Scheiß oder ach komm ja Tobi geht's wirklich gar nicht mehr ne dann müssen sie leckern ja dann weiß ich auch nicht kannst du überhaupt noch mitmachen weil bei dir ist jetzt schon die ganze Zeit so gewesen ja irgendwas hat mein Minecraft das ist stabil ja ich weiß dass dein Internet gut ist ja dann äh keine Ahnung was wollen wir machen ja hast du den Online Mode auf Falls geschalten nein auf True weil du ja Minecraft jetzt normal hast schon klar dass er auch wenn du ihn auf Falls schaltest flüssiger läuft Hilfe nein ist er nicht endlich ich fall auf jeden Fall ich kann zwar connecten aber ich fall immer noch in die Tiefe warte das hatte ich auch vorher und dann wurde ich hochgeportet ich fall die ganze Zeit Power Infinity und Unbreaking 3-15 Damage ich hab so nen geilen Bogen jetzt ja ja Simon hier gibt's krasses Zeug ich bin jetzt oben Alter ich bin bei diesem Haus wo wir vorher waren ja dann lauf den Weg einfach weiter ja ja dann stand da drauf ich bin Connected ja recht von dir Lobi also ich ich hab das für mich flüssig ok also ich hab jetzt auch was haben wir lol dass der der will bei mir die Ess-Animation nicht wegmachen ob ich was esse cool danke so kriege ich den Bogen nee du kriegst aber das Schwert dann spielen da immer noch Zombies Alter krieg ich ein Schwert ich will auch ein Schwert wer nimmst das danke ich hab nen Bogen Alter aber ich find's irgendwie geil dass die Pfeile wieder stecken werden ja ja ich find's doch keine Pfeile jetzt hat äh ich hab nen Infinity Bogen oh Power 1 Infinity 1 am Breaking X 3-15 Damaged Tenor City Set das ist voll geil hey bei mir kämpft ihr gerade erst gegen die Zombies loll ähm ok wir sind hier schon längst weiter hinten ja äh könnt ihr mich sehen dass ich nicht auf irgendeinen Fail oder so oh geil schau mal rein komm mal rein wow alter erschreckt mich nicht so kleine Arschkranke was ist denn da drinnen ja ein Zombie hat mich erschreckt äh ja äh ok was ist jetzt oh Gott David vielleicht kriegst einen Bogen ich bin grad oben auf dem Tempel da gehen die dann rein ja dann laufen frei wir sind schon unten drinnen Aua und ich bin schon fast tot wir sind Zombie äh kein Verschlafen Alter der Zombie hat nen Bogen dort weg drauf wir haben hier ja die Schuhe alles verändert das sind wir nicht die normalen Woche ja stimmt ne 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 ohne Scheiße jetzt das geht nicht ja dann das ist ein Aussteigen oder kann mir hier mal jemanden ja ich hätte wollen wir dann von vorne anfangen oder ja bei Tobi ging es jetzt die ganze Zeit schon nicht doch jetzt bin ich irgendwie in Red Redstone Leute ist bei mir du bist bei mir hier du bist bei mir hier zugeschoben steht hier ne meine Frage kann ich nicht wiederbelebt regeneriert sich hier leben ja wenn du volles Dings hast ja ich hab noch mit Schönern welchen Tränke auch ja Simon schon einmal von Galen her mich gefunden hab das war meiner ja ja geil komm ich hab ich hab so einen als als Brustschutz aber kann ich krieg das damit habe ich das äh set ach so ist es dann set keine Ahnung auf jeden Fall steht da ist deine Hose und deine Schuhe auch so nein aber Ding ist das Warte dann geh ich dir hier mal ins Helm Ding die ist auch noch gegen ähm Schüsse 2 warte du hast Tenner City Set als Helm ja ich will mal kurz schauen gibt es mir äh ich hab ich hab Hosen ne gibt mir keinen Bonus ich hab Hosen wer braucht Hosen ich brauch Schuhe ich brauch Hosen ja Schuhe hab ich hier ich brauch Hosen ok warte da ich geh schon mal runter ne oh Gott was denn äh warte mal geht mal einer da hinten drauf oh Gott oh Gott ja klasse hey ich komm nicht mehr rein ich steh vor der Mauer ja ok ok dann müssen wir hier die Typen ferschen erst die Skelette würde ich sagen ja viel Spaß ah da sterb der Hummus ja keine Schuhe Skeleton King wake up you have visitors ha hm what what I was not sleeping I was waiting nein ich hab Wurzeln kaputt gehauen ne gerade eben jetzt wieder in den Tempel rein ja ok ähm irgendwie ist Schmerzen kaputt gegangen ja mach denn nix oder wo muss ich denn hin hier musst du wie nee muss nicht das Ding ist schon offen da steht jetzt mal äh Markus bei mir und das ist ne Wand oh Gott ja tu wir dann komm mir rein hilf mir hilf mir hier steht ein Zombie in der Mitte Markus siehst du mich ja 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 und jetzt gibt's auf die Fresse ich brauch ganz dringend warte bewegt euch immer noch nicht bei mir oh mein Gott 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 helft mir helft mir ich bin tot wo bist du denn ich bin runtergefallen irgendwo ich hab jetzt selbst dagegen oh mein Gott ich bin tot ja tot ja tot ähm ich helfe einfach mal hier ich weiß auch nicht so man hat sein Zeug dann noch ja ich weiß und das Montag geht auch mal versetzt das sind ja das ist ja blocke ach wie geil ähm ich brauche dringend was zu essen ich habe leider nichts ich muss rotenflaschen ja ich hab rotenflaschen Tobi ich sehe dich hier du denkst wenn wir überhaupt nicht ich hab einen Helm ich hab auch mal ihr legt bei mir ja ich bin nicht ich gehe da mal und er wird das David musst du was ich hab ähm wenn wir überhaupt nicht so schnell ist noch ne ich bin freundlich Tobi ich hab ihn für dich und wir sind so einen verzauberten Helm also ich stehe hier ich bin und mein Gott schau dich mal das Schwert an Schatten ist zwei Bain auf Archer Platz eins andere es meint eins an Brekings X David ich bin hinter dir warte da Boah wie krass er macht man was auch mal ich habe sie bei der Arbeit ich sage ich werde ich so gerne ich habe ich habe schon wieder das Schwert was ich so jetzt mal Stein setzt ich habe noch ein Brustmacher mit Tennis sein da wird Tobi ich bin vielleicht da wo es wird ich gern hier Markus hast du schon fast ab Zauber der Schule ne oder äh ne nimm die hier kann sie mir deine geben bitte ok da noch nicht reingehen da kann ich meine zusammenfügen mit dein aber gleich am Bogen auch mit Infinity was ist hier drin also ich bin auch Brugenschützer sehr schön hier noch eine Kiste ich habe auch noch einen ich habe noch einen Helm Schuhe wow 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 gesundheit sofortige ein Schwert mit scharpen ist zwei Bane of Archopods 1 Smite 1 Unbreaking äh X äh Dingens Boots die wo äh machen Protection 1 Unbreaking 3 und ein Helm mit Protection 1 Projekt hey komm mal ich habe einen Weg gefunden ich habe einen Weg gefunden ja ich weiß das mit den Spinnweben hier Tobi ja Schwerd zerschnitten ähm brauchst du vielleicht n Kopfschutz oder ein Helm oder ein Eisenstiefel ne danke ich glaub wir sollten echt das Grämo 2 spielen warum denn ja damit wir das ganze nicht kaputt machen können weil wir auch das letzte Mal runtergefahren bei den Spinnenweben ne das hat sich aber wieder hingesetzt David nein doch hat sich nein ich bin bei den Spinnenweben gell und die Stelle kenne ich hier sind Element nicht hingucken und Zombies wo denn h h ich bin einfach mal so die Masse ist schon durch das nicht vorgehen bitte vielleicht ist das besser oh mein Gott nein ich bin ich bin oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh die Spinne Alter nein ich bin runtergefallen ich bin du bist hey Leute Alter Alter ich bin noch da aber ich weiß nicht wo das Skelett ist Hilfe ah ich sehs äh lol ich hab ich hab abgekürtet wo ist hier ist noch im Mund gelehrt und ein ähm Gast oder so nein ein Enderman ein Enderman ein Enderman ein Enderman ein Enderman ich hab einen Enderman gekillt oder nein ich kann ja gar nicht sprinten hey David ich bin hinter dir nein ich sterbe gerade eben nein ich bin schon wieder runtergefallen aber ich kann auch nicht schauen David du kannst den Weg schauen wenn du runterfällst ne und tschüss tschüss ah jetzt nicht mehr freundlich in das hier kann irgendwie nicht sprinten kann das sein Sprinten muss das abelt ach scheiße und das wir irgendwie nicht verweckt sie kann auch dann nirgendwo drüber springen mich gescheit ja das ist voll geil Jesus das ist voll geil das macht so geil der hat auch von meinem Kopf der Walls gemacht echt jetzt ja der Typ der Stelle von hier hat auch einen Balls gemacht ah ich hab den Ausgang echt ich fall gerade in die Tiefe boss fight skeleton king press button when ready ok ja warte noch auf uns warte auf uns ey ich bin noch gar nicht da ah nein hey David ey ich kann da alles durchsehen David ja nicht ist angemacht worden geil okay Tobi kommst du auch oder oder sollen wir alleine auf den Tiefe ich würde schon gerne mitmachen aber ach macht ruhig ok Tobi wird ja auch ein typisch Welcome to my domain Can you please die Alter hat er noch weg Alter werde bei von ihr getroffen Alter wie schnell der auch ist mein Gott Hilfe 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 er schießt mich ab ich hab Heilungstränke ich hab auch die Generationstränke Heilungstränke wenn du brauchst dieser Falle ich gerade hier da da liegt einer doch von mir bist du grad von Tobi und Tobi ich fall grad nach unten und nichts bis von mir Tobi Tobi auch davon penetriert und ich mach grad ins Glendekton King alle ja hallo wie viel Leben hat der bitte wir haben eine Mannschaft magst du ein Mann das ist nicht so das ist nicht so Tobi 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 natürlich ohne dass mit cargo Tobi 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 das nein nicht aus der Ecke die aber gibt drei meine Pfeile ab nach was die ganze Zeit und ich in der Block drin wo ich hab entweder nicht in dem Raum und die Bewerbsteine die Tierprotektion ich habe jemand Dinge ich habe jemanden der Brusthahnisch bekommen Alter in den Augen denn ich habe jemand wurden mit der Zeit die 1 ist ein gut mp also protection 1 weil abwehr 1 amirken X 07 ich habe einen besseren Bogen für mich gefunden der Power 2 Infinity 1 und am Römer weil hier er hat die Schallplatte ich hab die auch er dann legt sie mal oben ein und ich hab einen goldenen Helm und ich stehe bei der Nürnberg alle wieder nicht aufgesehen so wartet ich würde sagen da machen wir mal einen Cut rein weil war ja jetzt gut bis jetzt sind und dann schauen wir mal dass wir mit Tobi das jetzt auch alles hinkriegen und dann bis zum nächsten Mal Ciao Bis dahin Ciao